Hallihallo, in dieser Episode schauen wir uns den letzten besonderen Pointer-Tipp von diesen Smart-Pointern an in C++. Und zwar folgendes, wir haben mit den Shared-Pointern tatsächlich immer noch die Möglichkeit, einen Memory-Leak zu erschaffen. Gucken wir uns mal folgendes an, wir haben hier jetzt zum Beispiel mal die Main, da machen wir einfach ein neues A oder einen neuen Menschen oder weiß weiß ich was, der soll jetzt mal Hugo heißen, das sei irgendein Objekt und dieses Objekt hat dann zum Beispiel ein anderes Objekt noch drin, auch als Shared-Pointer und das hat wieder ein anderes Objekt als Shared-Pointer und da sagen wir jetzt einfach mal, der Hans, der hat auch noch mal irgendeine Beziehung zu dem Hugo, ebenfalls als Shared-Pointer, das können wir ja machen, also jeweils die Shared-Pointer hier sind dann eben Attribute von den jeweiligen Objekten Hugo, Peter und Hans. Bis hierhin kein Problem. Jetzt löschen wir allerdings hier in der Main diesen Shared-Pointer, der auf Hugo zeigt, also gehen zum Beispiel aus dem Block raus oder weiß was ich was. Wenn wir das jetzt machen, dann haben wir tatsächlich einen Memory-Leak geschaffen, denn die Shared-Pointer hier, die merken alle, dass der Reference-Count ja noch größer ist als 0. Das heißt mit anderen Worten, diese Shared-Pointer, die löschen jetzt einfach ihre Objekte nicht. Aber wir können von der Main oder von irgendeinem anderen Thread, ist egal an der Stelle, kommen wir einfach nicht mehr auf diese Objekte. Das heißt, die müllen den Speicher zu, ohne dass wir noch mal irgendwie auf sie zugreifen könnten an der Stelle. Dieses Problem könnten wir jetzt fixen, zum Beispiel indem wir hier statt einem Shared-Pointer einen Weak-Pointer benutzen an dieser Stelle, da wo das Ganze jetzt angezeigt wird. Das sorgt nämlich dafür, der Unterschied, also zunächst mal ein Weak-Pointer ist genauso wie ein Shared-Pointer mit dem Unterschied, dass der Reference-Count nicht erhöht wird von diesem Hugo. Das sorgt wiederum dafür, wenn wir jetzt den Shared-Pointer von der Main löschen, merkt dieser Shared-Pointer, dass der Hugo einen Reference-Count von 0 hat. Denn der Weak-Pointer, der erhöht den ja nicht. Deswegen löscht dieser Shared-Pointer hier an der Stelle tatsächlich dann unser Objekt Hugo, wodurch dann dieser Shared-Pointer gelöscht wird. Und der merkt wiederum, okay, hier drauf zeigt dann auch wiederum kein anderer Pointer. Deswegen löscht er das auch, worum wieder der gelöscht wird und wieder der Hans wird gelöscht. Und damit dann eben auch noch der Weak-Pointer. Und dafür sind zum Beispiel die Weak-Pointer gut. Wenn man also solche Ring-Referenzen hat von irgendwelchen Objekten oder auch zwei Objekte, die sich gegenseitig jeweils referenzieren über einen Pointer, dann braucht man mindestens einen hier Weak-Pointer, damit eben dieser Ringschluss nicht entsteht. Gut, das war es schon wieder zu dieser Episode und zu dem Weak-Pointer. Da kann, ah ne, eine Sache noch. Man könnte jetzt natürlich auch vermuten, okay, warum macht man dann hier nicht einfach einen stinkenden normalen Pointer? Warum gibt es dann eine extra Klasse? Also warum nicht einfach einen ganz klassischen Pointer benutzen? Der Unterschied ist, dass wir bei einem Weak-Pointer noch zusätzliche Methoden haben, die wir benutzen können. Wir können zum Beispiel über .expired abfragen, hey, ist dieser Pointer überhaupt noch valide? Also das Objekt, das dahinter ist, ist das noch valide, kann man das noch benutzen. Und mit .log kann man aus einem Weak-Pointer auch wieder einen Shared-Pointer machen, wenn man den eventuell dann doch wieder braucht. Und so weiter und so fort. Also von dem her ist ein Weak-Pointer an der Stelle einfach wegen diesen Zusatzmethoden durchaus besser als ein stinknormaler Pointer. Gut, das war es jetzt aber wirklich mit dieser Episode. Bis zum nächsten Mal.